Oh, die haben vielleicht schon genug, oder steht schon fest? Wo sind jetzt unsere? Unsere sind wieder außen oben, naja. Warum stehen sie so schief da? Ja, das sind unsere. Also wenn sie jetzt gewinnen, sind sie vierter. Markus, wenn du da so am Geländer wackelst, wackelt man eine ganze Kamera. Ja, das ist ja. Ah, das war's. Oh. Oh, das ist so ein kleiner Arme. Ah, super. Ich hab die ganze Zeit einen Arm im Bild gehabt. Und los! Und los! Und los! Und los! Und los! Und los! Oh man, die geben wieder keine Power. Ein bisschen mehr Power geben würden, dann würden sie gewinnen. Eigentlich sind ja vorne. Nee, die grünen sind vorne. Also... Achtet auf euren Vorlermann! Die werden fünfter. Die werden fünfter, die verlieren. Ja. Kommt besser. Ja. Wir haben verloren.